Hi Leute, ich bin Bastian und mit mir werdet ihr alles rund um das Thema Trading erfahren. Ich bin selbstständiger Trader und seit mehreren Jahren in der Szene aktiv. Ihr wollt Chart-Analysen, Trading-Prognosen und natürlich auch Trading-News, dann seid ihr bei mir genau richtig. Let's go! So, hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du hier wieder einschaltest und du siehst schon den Hintergrund, wir befinden uns auf dem 1-Stunden-Chart, was du heute hier für Bitcoin erwarten kannst. Vor allem, wo die Reise jetzt genau hingeht, wo Widerstände sind, wo wichtige Support-Zonen reinkommen, wo du gegebenenfalls eine Long-Position wieder eröffnen kannst oder auch eine Short-Position. Das erfährst du hier jetzt bei mir im Video. Deshalb, wenn du da Bock drauf hast und hier jeden Tag kostenlos ein Update-Video zum Bitcoin-Preis und zu Cryptocurrencies haben möchtest, scroll gerne mal nach unten, lasse kostenlosen Abonnement da und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt rein in die Chart-Analyse. Ihr seht schon im Hintergrund, wir befinden uns hier auf dem 4-Stunden-Chart und auf dem 4-Stunden-Chart ist es jetzt so, dass ihr jetzt hier wunderbar erstmal seht, wir sind ja wunderschön hier über unsere Downtrend-Linie hier nach oben hin ausgebrochen und ich habe euch dann auch gesagt, wenn das der Fall sein wird, erwarte ich einen sehr, sehr impulsiven Move nach oben. Genau das ist passiert. Wir haben bisher einen Pump gesehen von knapp 20% innerhalb weniger Tage. Also das ist schon richtig, richtig heftig. Vor allem, was mich jetzt sehr, sehr bullisch stimmt, ist nämlich folgendes, dass wir diese Akkumulationsphase und diese Konsolidierungsphase jetzt hinter uns gelassen haben und hier schon ein höheres Hoch gemacht haben, als wir hier hatten in dieser wichtigen Zone. Das bedeutet für mich, rein technisch gesehen, ist eigentlich meiner Meinung nach jetzt hier erstmal für die nächsten paar Wochen der Downtrend vorbei. Weil wir haben jetzt hier dieses T4 rausgenommen, also dieses Hoch an dieser Stelle. Das ist diese rote Box, die habe ich euch schon seit längerer Zeit eingezeichnet. Ich habe gesagt, wenn Bitcoin es schafft, dass wir hier drüber kommen, wird es unheimlich wichtig, dass wir dann weiter nach oben pushen und wir sind sogar bis 45.500 Dollar eigentlich hier nach oben gegangen. Und jetzt wird die Sache nämlich sehr interessant, weil wenn wir uns das nämlich auf dem 1-Stunden-Chart einfach mal anschauen, dann sehen wir, wir hatten hier eine wunderschöne Akkumulationsphase. Da schauen wir uns auch gleich nochmal das Fibonacci-Level dazu an und sind dann hier schön nach oben gepusht und haben hier das Ganze hier nochmal angetestet. Diese wunderbare Widerstandszone ist jetzt auch nochmal hier. Das zoome ich extra nochmal ein bisschen rein für euch. Ja, hier schaut euch mal diese Candles hier an. Wir haben es die ganze Zeit versucht, hier drüber zu kommen und hatten es dann hier heute Nacht oder heute Morgen um 5, 6 Uhr, ging die Fahrt dann hier nach oben und jetzt zeigt es aber auch wieder für mich, wir sind hier nach unten gebrochen, haben das Ganze hier wieder angetestet und traden hier schon wieder oben. Und wenn ihr euch jetzt hier auch nochmal die EMA-Ribbons euch hier reinladet, wie das im Moment aussieht und die EMA-Ribbons sind hier weit, weit weg entfernt von dem 1-Stunden-Chart, aber auf dem 15-Minuten-Chart geben die immer wieder Support. Selbst jetzt auf dem 15-Minuten-Chart gibt der 20er EMA-Ribbons so krassen Support, dass selbst wenn wir hier immer runterfallen, wir instant wieder aufgekauft werden, genauso wie hier. Wir brechen nach unten, haben hier nochmal einen schönen Retest, wir werden instant wieder aufgekauft, genauso wie hier. Wir gehen ein bisschen nach unten, werden instant aufgekauft, Leute gehen in Short-Position, aber die Short-Positionen werden sofort wieder rausliquidiert. Woran erinnert mich das jetzt? Das erinnert mich genau an dieses Run-Up, was wir dann Anfang letzten Jahres dann hatten, wo diese, ne, ist schon zwei Jahre her, wo dann unser ganzer Bullenmarkt eigentlich gestartet hat. Immer wieder, wenn es hier die Rücksetzer gab, genauso wie hier, wir hatten einen starken Rücksetzer jetzt auch wieder hier. Normalerweise wäre sowas hier ein sehr, sehr bearisches Zeichen. Was passiert? Käufer kommen wieder rein und zack, der kurz explodiert wieder nach oben. Also hier müsst ihr jetzt wirklich sehr, sehr krass aufpassen. Was ist jetzt mein nächster Plan? Mein nächster Plan ist, meine Long-Position läuft ja schon immer noch weiterhin groß im Profit. Ja, ich habe ja noch eine ganz, ganz große Long-Position. Die eine Position, die ich mit meinen Gold-Membern hier aufgemacht habe, an dieser Stelle habe ich hier unten schon rausgeclosed. Jetzt warte ich natürlich mit meinem Sub-Account dementsprechend auf einen neuen Einstieg, aber solche Wicks nach unten auf, wichtige Support-Level, kann man jetzt immer wieder verwenden, ne, um dementsprechend Long-Positionen aufzumachen. Warum gehe ich nicht davon aus, dass wir im Moment einen größeren Dump nach unten sehen? Ganz einfach, Leute, weil die FOMO im Moment wieder richtig reinkickt. Das hört sich zwar jetzt blöd an, aber ich habe es auch schon letztes Mal gesagt, dass wir einfach wieder die FOMO-Käufer brauchen, um den Kurs über wichtige Level drüber zu preschen und dann weiter zu steigen. Das heißt, ja, wir brauchen einfach die Leute, die hier Market-Orders reingehen, Market-Orders, 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 weil sie einfach jetzt Angst haben, was zu verpassen. Und wenn wir uns das auf dem Daily-Chart anschauen, ich meine, Leute, das sieht jetzt alles andere als schlecht aus, ja. Da muss man uns auch einfach mal zu Gemüte führen, wenn wir jetzt die EMA-Rivents, machen wir jetzt hier mal aus, machen wir einfach die mal an. Ja, das sieht jetzt alles andere als schlecht aus, denn jetzt schaut mal, was passiert. Wir sind seit dem 10. November das erste Mal wieder über unseren Daily EMA-Rivents, ja, ihr habt es richtig gehört. Wir haben sogar einen Daily-Close gestern über den EMA-Rivents gehabt. Also auch nochmal ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Und jetzt sollten wir hier wieder in den grünen Bereich switchen, das dürfte, ja, spätestens eigentlich jetzt hier bis Ende der Woche sein, ja, falls wir uns jetzt hier weiterhin aufhalten oder weiter nach oben pumpen, dann wird die Sache sehr interessant. Erstes technisches Preisziel, meiner Meinung nach, wird jetzt erstmal hier circa die 46.800 bzw. 47.000 Dollar sein. Warum? Weil da unser Daily 200er EMA-Rivents hier vorbeikommt, ja. Und das ist diese gelbe Linie, die ihr hier seht. Und die war immer wieder Support, sie war Support, sie war Resistance, war Resistance, das bedeutet, ja, wenn ihr in einer Long-Position drin seid, nehmt vor 47.000 US-Dollar Profite, keine Finanzberatung an der Stelle, aber ich kann euch wirklich da nur drauf hinweisen und euch raten, dass ihr gegebenenfalls dort Profite realisiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir uns dann jetzt hier nochmal den 4-N-Grid-Index anschauen, dann seht ihr auch, dass der 4-N-Grid-Index jetzt auf 48 Punkte ist. Also er geht auch hier wirklich jetzt wieder weiter nach oben, wir sind eigentlich fast genau jetzt hier wieder in der Mitte. Ja, wundert euch nicht, die Sonne schreibt mir hier gerade voll ins Gesicht. Aber ihr seht einfach hier ganz gut, dass wir hier beim 4-N-Grid-Index einfach weiterhin hier wunderbar jetzt hier nach oben gegangen sind. Ja, also 48 Punkte, das sieht jetzt nicht allzu schlecht aus, man muss natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, wir hatten einen Pump von 20 Prozent, mein kleiner Rücksetzer wäre dementsprechend durchaus möglich. Aber, und jetzt kommt der ganz, ganz große Punkt und da gehen Grüße raus an Anup, an Krypto-Anup, an meinen Kollegen. Und zwar hat der was sehr Interessantes entdeckt und das möchte ich mit euch jetzt hier einfach mal durchgehen. Und zwar heißt dieses Ding Pump and, nee, Dump and Pump Reversal. Ja, das bedeutet, wir haben hier eine, ja eigentlich kann man sagen, fast wie eine Neckline hier an dieser Stelle. Ja, wir haben hier eine Lead-Phase, wir haben hier unten unseren Dump und dann kommt hier unsere Pump-Phase nach oben. Ja, und wenn wir hier das Ganze nach oben hier durchbrechen, das Ganze hier nochmal antesten, diese Linie, dann haben wir meistens immer einen sehr, sehr impulsiven Move nach oben. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ja, und ich habe hier das Ganze schon mal für euch vorbereitet und uns einfach mal zu Gemüte führen, wie das Ganze jetzt hier aussieht auf dem 4-Stunden-Chart. Machen wir das mal weg. Okay, so, also das ist schon heftig, ja, richtig, richtig heftig, wie das Ganze hier wunderbar zusammenpasst. Das heißt, wir haben hier die Lead-Phase, wir haben hier den Dump nach unten, wir starten hier die Pump-Phase nach oben und jetzt schaut euch an, was hier perfekt auf der Neckline hier passiert ist. Wir sind genau hier, haben das Ganze re-getestet mehrere Male und seitdem gibt es einen wunderbaren Pump nach oben. Schreibt gerne mal unten rein in den Kommentarfunktionen, was ihr davon haltet. Also das ist wirklich schon richtig, richtig heftig, vor allem ist es jetzt auch auf dem 4-Stunden-Chart, der 200er EMA auf dem 4-Stunden-Chart, sieht hier auch sehr, sehr gut aus und gibt uns auch jetzt hier weiterhin erstmal Support. Also es sieht jetzt wirklich sehr, sehr gut aus. Bitcoin, nächstes technisches Preisziel wäre dann hier oben, ja, was ich euch gesagt habe, zumindest mal die 47.000 US-Dollar, weil da kommt unser 200er Daily EMA-Ribbon wieder rein. Aber das ist jetzt hier sehr spannend, ja, wir hatten hier Resistance, hatten hier Resistance, hatten dann hier das Ganze zu Support geswitcht und sind dann hier wunderbar nach oben gestiegen und haben hier wirklich ein krasses Run-Up jetzt bisher hingelegt. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus an der Stelle. Wenn wir dann nochmal reingehen Richtung Bitcoin-Dominance, schauen wir uns das einfach mal an. Bitcoin-Dominance steigt jetzt auch hier wieder leicht an. Wir sind jetzt hier an dieser Stelle genau bei knapp 43%. Wow, sorry Leute, echt, also die Sonne scheint mir hier gerade richtig, richtig krass ins Gesicht. Aber es soll uns jetzt hier nicht hindern. Das heißt, ja, wir sind jetzt hier bei knappen 43%. Wieder hier nach oben gepusht, habe ich euch auch gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir hier wieder weiter nach oben gehen mit kleinen Rücksetzer, ist völlig normal. Ja, aber einfach jetzt bei den Altcoins sehr aufpassen, was dann hier passiert, weil die Altcoins sind jetzt im Moment nicht so krass am Performen, wie es im Moment Bitcoin tut. Ja, Bitcoin ist jetzt hier wieder knappe 2% im Plus. Schauen wir mal, Luna minus 2%, Solana auch im Minusbereich, was eine sehr gute Performance im Moment hat, ist XRP. Aber gehen wir nochmal rein Richtung Ethereum und bei Ethereum wird die Sache jetzt sehr interessant, denn bei Ethereum ist es jetzt wirklich so, dass wir hier einen wunderschönen Retest auch auf unseren 3000 US-Dollar hatten. Ja, ihr seht das hier ganz schön. Wir hatten hier einen wunderbaren Retest auf den 3000 US-Dollar und auch bei den Bitbull-Membern habe ich gestern das Ganze auch nochmal analysiert im Morgen-Meeting. Ja, dass wir hier drauf geschaut haben und gesagt haben, Leute, wir haben jetzt hier diesen Downtrend durchbrochen und das ist auch wieder ein sehr symbolisches Zeichen für Ethereum. Auch hier ist es dann, wird die Sache interessant, was dann bei den knapp 3330 Dollar passiert. Warum? Weil wir einfach hier an dieser Stelle auch den 200er EMA-Ribbon dann hier reinbekommen und auch dieser wird erstmal hier wieder Widerstand sein. Ja, das muss uns einfach jetzt hier klar sein, aber wir testen hier jetzt genau auch nochmal dieses Hoch hier an dieser Seite an. Das bedeutet, die 3266 ist der erste Widerstandsbereich meiner Meinung nach. Da muss es Ethereum schaffen, hier drüber zu kommen. Und dann ist es halt sehr wichtig, dass ihr auch hier diese Downtrend-Linie hier im Auge behaltet. Diese gelbe Linie, die passt nämlich dann auch fast hier perfekt zusammen mit unserem EMA 200er EMA-Ribbon. Das ist nämlich diese Downtrend-Linie, die sich hier formt. Ja, von unserem All-Time-High einmal hier nochmal Widerstand, dann war es hier Support, dann war es hier nochmal Support. Also da solltet ihr einfach mal ein Auge drauf werfen an der Stelle. Und jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das wollte ich mir einfach jetzt bis zum Schluss aufheben. Ja, und zwar, es ist nun euch möglich, in einen Miners ETF zu investieren. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist kein Bitcoin Spot ETF, aber es gibt jetzt einen ETF, der Firmen beinhaltet, die mindestens 50% ihrer Einnahmen durch Bitcoins oder Bitcoin Mining oder Verkauf von Bitcoin Minern verdienen. Das bedeutet, wenn wir uns das hier einfach mal anschauen, wir können hier nochmal auf Twitter kurz reingehen. Schauen wir uns das einfach mal kurz an. Das habe ich gestern auch auf Twitter gepostet. Ja, wer hier mir reinfolgen wollte, auch nochmal sehr, sehr gerne. Und zwar, weil Kyre, die haben ja auch den Antrag gestellt zum Spot ETF. Ja, wurde ja leider mal wieder abgelehnt. Ha, wer kennt's. Aber ihr seht jetzt hier, ja, ihr habt jetzt nun die Chance, in Bitcoin Mining ETF zu investieren. Was bedeutet das? Das habe ich euch dann hier auch nochmal auf meinen Telegram-Kanal euch nochmal zusammengefasst. Deshalb unbedingt auch in den Telegram-Kanal kommen. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und zwar, ja, ein Sprecher von Kyre teilt der Cointelegraph mit, dass der Bitcoin Miners ETF des Unternehmens ab Dienstag an der Nasdaq unter dem Ticker WGMI gehandelt wird. Laut einer Einreichung vom 26. Januar bei der Security and Exchanges Commission, also SEC, ja, unsere Freunde, wird das Investment Vehicle kein direktes Engagement in Bitcoin bieten. Aber mindestens 80% seines Nettovermögens werden in Wertpapieren von Unternehmen angelegt, die mindestens 50%, ja, das sind 50% ihrer Einnahmen oder Gewinne aus dem Bitcoin Mining oder Bereitstellung der mit dem Mining verbundenen Hardware und Software erzielen. Und jetzt wird es sehr interessant. Die Einreichung fügt hinzu, dass Valkyrie bis zu 20% des Nettovermögens, des börsengehandelten Fonds, in Unternehmen investieren würde, die einen erheblichen Teil ihres Nettovermögens in Bitcoin halten. Aha! MicroStrategy? Fragezeichen. Also sehr interessant, Leute. Ja, 20% wollen sie von diesem Bitcoin ETF sozusagen, von dem Nettovermögen nochmal rein investieren in die jeweiligen Firmen. Also auch nochmal sehr, sehr bullische News, ja, schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich da sehr, sehr interessieren. Und heute, für den heutigen Tag, einfach jetzt hier die wichtigen Zonen im Auge behalten und wir können uns hier nochmal das Fibonacci Level anschauen. Ja, das solltet ihr jetzt auf jeden Fall im Auge behalten, weil das jetzt hier ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Denn mein Fibonacci Level ist jetzt hier an dieser Stelle, ja, hat sich hier wunderbar ausgespielt. Wir hatten dann hier nochmal bei unserem 0,786er Fibonacci Level wunderbaren Support. Wir sind über das 1er hier jetzt drüber gepusht, haben das 1er als Support, jetzt hier als Retest nochmal bestätigt. Und rein technisch gesehen wäre die Fahrt jetzt erstmal frei Richtung 47.500 US-Dollar. Wenn man hier nochmal einen Rücksetzer bekommt auf knappe 0,786er Fibonacci Level, also auf die 41.320, kann man gegebenenfalls hier auch nochmal eine schöne Long-Position eröffnen, weil ich davon ausgehe, wenn wir hier nochmal runterfallen, dass das dann wunderschöner Support gibt und wir dann den nächsten Move hier nach oben starten. Ja, 47.000 Dollar, kommt aber noch der 200er EMA Ribbon rein, unbedingt anschauen. Also ganz, ganz wichtig jetzt hier an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und wir hören uns dann zum morgen Update-Video und auf meinen Social-Media-Kanälen. Haut rein, bis dann, euer Basti. Ciao, ciao.